Glück auf zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode im Rahmen einer Spielervorstellung hier auf eurem Stammplatz 1848. Ja, es ist nun soweit, wir dürfen einen neuen Innenverteidiger vorstellen. Jakov Medic kommt an die Kastropper Straße. Für mich ein wichtiger Transfer, weil wir halt für die Innenverteidigung definitiv Verstärkung benötigt haben. Bernardo wird jetzt erstmal ausfallen und vielleicht sogar in dem Moment komplett, wenn der Wechsel stattfindet. Orditz fällt ebenfalls aus. Da ist auf jeden Fall eine Verstärkung notwendig gewesen. Unabhängig davon haben wir auch gegen Regensburg gesehen. Ja, es war phasenweise ordentlich, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass wir ja auch gegen einen Zweitligisten gespielt haben. Und wir müssen einfach inverteidigungstechnisch auch besser drauf sein, wenn es dann halt gegen größere Kaliber geht. Und das darf dann halt einfach in dem Moment nicht passieren, was uns passiert ist in dem Spiel. Da musst du anders verteidigen, da musst du anders reingehen. Es waren viele Momente, die nicht stimmig waren und da hoffe ich einfach, dass wir mit Jakov einen Spieler bekommen werden, der unsere Verteidigung verstärken wird. 25 Jahre jung, Baujahr 98, mein Geburtsjahrgang. Ein Kroate, der 1,93 Meter groß ist, für den Innenverteidiger eine starke Größe, die dann auch natürlich fürs Kopfballverhalten extrem wichtig ist. Der Gute ist auch in Deutschland bekannt. Er hat beim 1. FC Nürnberg schon gespielt, bei WN Wiesbaden, per Laie. Und dann seine Zeit von 2021 bis 2023 bei St. Pauli, bevor es dann jetzt die letzte Station nach Amsterdam ging, zu Ajax Amsterdam. Und er hatte dort aber, finde ich, das merkt man auch an der Anzahl an Spielen, die er gespielt hatte, nie so wirklich richtig Fuß fassen können. Er hatte nämlich bei Ajax insgesamt nur sechs Spiele bisher spielen können, hatte dabei ein Tor gemacht, das war aber auch ein wunderschönes Tor, das hatte ich mir im Vorfeld jetzt nochmal angeguckt. Das war wirklich ein strammer Schuss, der aus, ich denke mal, das waren so gute 30 Meter so ungefähr, der dann ins Tor versenkt worden ist von ihm. Wirklich ein schönes Tor. Ansonsten hat man jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, wie er gespielt hatte oder was seine Qualität jetzt bei Ajax, was es da anging. Er hatte da kaum, wie gesagt, mit sechs Spielen Zeiten, um sich so richtig unter Beweis zu stellen. Bei St. Pauli aber in der Saison 22, 23, wenn man mal da so ein bisschen auf seine Werte schaut, dann war das wirklich sehr, sehr ordentlich. 29 Spiele hatte er gespielt, vier Tore hatte er sogar geschossen als Verteidiger, beziehungsweise natürlich dann auch per Kopf. Und hatte vor allem, was natürlich extrem wichtig ist, weil beim Verteidiger ist es jetzt nicht so, dass du wie bei einem Stürmer, dass du ihn daran messen kannst, wie viele Tore oder Vorlagen er gegeben hat, sondern da musst du so ein bisschen auf andere Werte schauen. Und da interessiert uns natürlich auch so ein bisschen, wie denn seine gewonnene Zweikampfquote ist. Er hatte am Boden, hatte er 60 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und in der Luft 66 Prozent. Das sind, denke ich mal, ganz gute Werte. Und die Dribblings, wenn er am Gegner sich vorbeidribbeln wollte, hat er zu 57 Prozent erfolgreich hinbekommen. Das sind, denke ich mal, ganz ordentliche Werte für einen Verteidiger. Hatte keinen Strafstoß verursacht, das ist auch schon mal ganz wichtig. Und auch nur ein Fehler von ihm führte zu einem Tor in den 29 Spielen. Das kann immer mal passieren, wenn vielleicht irgendwie etwas unpräzise der Ball rausgeschlagen wird oder verteidigt wird. Aber ansonsten sind das ganz ordentliche Werte, denke ich mal. Das heißt natürlich jetzt bei weitem nicht, dass wir zu 100 Prozent erwarten können, dass er so einschlägt, wie vielleicht viele jetzt im Vorfeld das auch wieder natürlich sich erhoffen. Ich möchte jetzt keine Euphoriebremse auslösen, aber wir müssen immer schauen, wie dann ein Spieler sich dann auch bei einem neuen Verein, vor allem dann auch in einer anderen Liga, verhalten wird. Wir hatten das oft genug diskutiert. Und die Bundesliga ist ein anderes Pflaster. Und da anzukommen, das ist natürlich jetzt sein großes Ziel. Und das muss es auch sein. Er muss gut integriert werden ins Team, um dann seine Stärken natürlich auch, seine Zweikampfstärke, die wir auch gerade nochmal per Zahlen belegt hatten, und auch seine Spielstärke dann halt unter Beweis zu stellen. Das sind einfach die Dinge, worauf es dann bei ihm ankommt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass er uns relativ schnell dann auch weiterhelfen wird, weil uns kann nichts Besseres passieren, als einen Verteidiger zu verpflichten, der auch in dem Moment Stammverteidiger wird und vielleicht so ein bisschen dann auch den Abwehrchef mimen wird, um unsere Mannschaft erfolgreich auf dem Platz dann auch in der Verteidigung unterstützen zu können und dann auch so ein bisschen natürlich vielleicht auch derjenige zu werden. Mit 25 hast du noch alle Chancen, dich halt wirklich zu etablieren, wenn denn am Ende der VfL sagt, er möchte ihn weiter haben. Denn jetzt kommt natürlich so diese kleine vertragliche Geschichte noch auf den Zettel, die wir beurteilen müssen. Er bekommt beim VfL, er ist per Laie zum VfL geholt worden und bekommt dort einen Einjahresvertrag. Und danach gibt es eine Kaufoption, die laut Bild-Zeitung oder laut Telegraph über die Bild-Zeitung um sozusagen 3 Millionen Euro betragen sollte. Ob das natürlich am Ende alles immer so stimmt, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, kann natürlich sein, dass es anders ist. Aber ich denke mal, eigentlich konnten wir uns da relativ gut immer darauf verlassen, auf die Werte würde ich jetzt erstmal so behaupten, dass es dann auch in diese Region auf jeden Fall reingeht. Und natürlich, wie gesagt, wenn dann nach der Saison unter Beweis gestellt wurde, dass Medic derjenige ist, der uns so weiterhelfen kann, der auch in dem Moment vielleicht zu höheren Berufen ist, dass er auch den Abwehrchef wirklich dann darstellen kann und unsere Abwehr auch langfristig verstärken will und kann, dass dann die Kaufoption gezogen wird. Das wäre natürlich, denke ich mal, dann optimal. 3 Millionen ist natürlich auch nicht wenig, gerade für unseren VfL haben wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Neu finde ich, das merke ich jetzt an den Transfers in dieser Saison, dass wir halt auf Leihgeschäfte mit Kaufoptionen gehen, um wahrscheinlich dann zu sagen, ja, aktuell reicht es nicht, aber vielleicht reicht es dann ja später, um dann die Spieler langfristig halt zum VfL zu kriegen. Jetzt gerade geht es aber nicht und deshalb wählt man dann halt das Leihgeschäft. Ja, was meint ihr? Eure Meinung natürlich wieder in die Kommentare und dann freue ich mich sehr, wie immer mit euch in den Austausch zu gehen. Ja, das war's. Mehr braucht man, denke ich, dazu nicht sagen. Und dann lasst uns einfach mal hoffen, dass es alles gut funktioniert und gut läuft. Wir werden morgen, werden wir dann in der Vorschau über das Spiel gegen RB Leipzig sprechen. In diesem Sinne, habt heute einen schönen Dienstag und ein herzliches Glück auf zusammen. lights нуть Bis zum nächsten Mal.